Mein Freund. Schamane des Tiefenmoves. Zack, weg mit dir, du. Ein Gewehr. Guck mal, Kiste. Boah. Was ist das? Okay. Was ist das? Oststahl. Die Klinge. Alles gut aus, warte mal. Lass mal gucken hier. Was haben wir denn hier? Ja, guck mal. So, die hier. 10 bis 20. Und die hier. Auch 10. 12 bis 53. Plus 14 Schaden, wenn ausgerüstet. Nehme ich. Danke sehr. Die Postelle kann dahin. So, was kommt dahin? Was ist das? Das ist Stahl. Oh. Ja. Jetzt kann mal was. Kälte Schaden. Ah, schön. Schön, schön. Hier haben wir auch noch was. Voraus das Großschwert. Hey, der Witzker. Ja, die gefällt mir gut. Die mag ich. Die mag ich leiden. Warte mal. Voraus das Großschwert. Was haben wir denn hier? 11 bis 45. Und was haben wir in der anderen? Hier haben wir 9 bis 37. 11 bis 45. 40. Okay, macht aber weniger Schaden pro Sekunde. Wollen wir die einfach mal probieren? Weil der macht Giftschaden, ne? Lassen wir eins mal. Wir gucken uns das mal an hier. Ja, guck mal. Ist schon ganz geil. So. Was seid ihr für welche? Hm, wieder so ein komisches Camp hier, ne? Äh, gepolsterte Bundhose. Ist die gut oder eher nicht? Wahrscheinlich nicht. 32 Rüstung. Wir haben 50. Nein, ist es nicht besser. Okay, dann let's go. Ja, nicht. Gehen hier mal weiter. Oh, hallo. Seid ihr für? Wo schief ich ja? Ja, guck mal. Ihr seid aber am Explodieren. Verrostete Donnerbüchse. Ja, aber trotzdem. Kann ja nicht schaden. Was haben wir hier? Waren wir hier schon? Wir haben echt viel, ne? Müssen wir gleich wahrscheinlich wieder... Verlassen wir nochmal was hier. Eigentlich brauchen wir ja die Dinger nicht mehr, ne? Brauchen wir nicht mehr. Den Helm brauchen wir auch nicht. Die würde ich gerne noch behalten. Ist zwei Schaden ausgerüstet. Dürf ist 31. Können wir das jetzt so machen? Eiskalte, abgenutzte Klinge des Donners. Haben wir jetzt wirklich mehr? Ja, nochmal mehr Schaden. Dann lassen wir das so. Oh, hier. Noch mehr. Hab ich gar nicht gesehen. Entschuldigung. Achso. Na, das sind die, die ich weggeschmissen hab. Eins. Drei. Drei. So. Was ist das hier? 17 Rüstung. Eigentlich brauchen wir das auch nicht mehr, ne? Die gepolsterte Bundhose. 32 Rüstung. Brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Könnten wir verkaufen, aber was soll ich damit? Ähm, 9 bis 7,30. 9 bis 7,30. Minus 6 Schaden. Minus 9 Schaden. Und die Rüstungsplatte. So. Sehr schön. Guck mal, wir haben hier noch wieder. Maffinesse. So. Populiert das Maragd. Äh, da. Sehr schön. So, das brauchen wir nicht mehr. Hier geht's erstmal weiter. Hallöchen pro Pöhrchen. Wir brauchen maximal drei Treffer. Dann sind, ist einer von denen Geschichte. Sieht gut aus. Aber, darf man nicht vergessen, es sind halt immer mehrere. Geflickte Gamaschen. Brauchen wir die? Weiß es nicht. 50 Rüstung. Wir haben auch 50 Rüstung. Kann ich ja mal mitnehmen. Eiskalte Hose und Donnerbüchse der Bereitwilligkeit. Meine Herren. Bereitwilligkeit des Donners. Neu, 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 neu. Nein. Nicht so gut. Okay. Dann mal weiter. Was ist das? Was? Was für ein Scheiß. Okay. War, ging die? Das ist ganz gut hier, war? Was ist das hier? Okay. Wir laufen mal hier rüber. Guck mal, wo wir jetzt hin müssen. Raid-Trank möchte ich auch gerne mitnehmen. Da war Straße wieder. Was ist das? Bäh. Da strömt ätherischer Haus. Das ist doch shit. Machen wir schon richtig, richtig Schaden, Alter. Das ist mit euch nicht richtig, Mann. Ich wollte eine Glutwache. Mal weg, ey. Boah, ist dumm ein Geruch. Meine Herren. Ich will den Riss wegmachen. Kann man... Was ist das? Geh weg. Nein. Boah, ey, da. Aber der macht uns langsamer hier, ne? Kugelstreit-Kräumen der Gewalt, äh, der Bereitwilligkeit. Okay. Mal kurz was schlürfen. Stufe 8 erreicht. Sehr schön. Das gefällt mir gut. Minderwertige Sturmhaube, verrostete Kugelstreit-Kräumen der Bereitwilligkeit. Boah, warum nicht? So, dich fischen wir auch noch weg. So. Meine Herren. Okay. Kommen da gleich wieder welche? Wahrscheinlich, ne? Gehen wir es mal hier weiter. Okay. Ja, schieß doch mal dagegen. Das war alles gut. Du nervst. So. Geh nämlich mit. Ähm. Das ist, äh, rundverzierter Knochen des Ruins. 12% physischer Schaden. Was haben wir ausgerüstet? Ähm. 14% Wundschaden. 36 plus 17% reduzierte. Ne, äh. Ah, okay. Was haben wir denn da ausgerüstet? Verüstet. Blutungsschaden. 28%. Ich will auf diesen Blutungsschaden irgendwie nicht, äh. 1%. Ah, schwierig. Wir lassen das jetzt mal dabei. Irgendwie habe ich es gibt, wir müssen da lang. Wir versuchen es mal hier. Wir sind in Waldmire. Wir müssen sowieso drei von diesen komischen Leuten da auslöschen. Back to it. Ich stehle an der Helm. Boah, alter. Okay, jetzt will ich es wissen. Lebenskraftschaden. Das hört sich echt geil an. Das hört sich echt gut an. Das ist eins auf pneumatischer Schub. Ähm. Wir nehmen mal Geist auf jeden Fall mit hoch. Was haben wir hier? Ohne Magnetstein. Kann ich den ausrüsten? Ja, ne? Was bringt uns das? Blitzschaden. Okay. Ist nicht gut. Rüttungsplatte. Plus 5 Rüstung. Hm, 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 hm. Teilkommendern 1 bis 3. 52. Kombination. Ja. Ja, geil. Okay. Das gefällt mir gut. Kann ich noch irgendwas kombinieren? Schädigter Panzer. Verbessert alle Schilde. Was war denn? Gut. Können wir wahrscheinlich gut verkaufen nachher. Hoffe ich. Ah, hm, hm, hm. Okay, den brauche ich eigentlich gar nicht. 32 Rüstung. Schultern. 50. 50 plus 33 Leben. Äh, Quatsch. 32 Rüstung. Und die hat 50 Rüstung. Ciao. So, dann haben wir hier mal ein bisschen Platz in's Inventar. Ja, hier ist wahrscheinlich auch wieder die nächste Truhe. Die wir mal aufmachen können. Alter. Poliert das Maragd. Ich komme hier gar nicht aus dem Inventar raus, ey. Poliert das Maragd. Würde ich gerne nehmen. Zack. So, sehr schön. Da ist auch noch eine Truhe. Heilige Kacke. Versengende Glut. Was ist das nochmal? Was war versengende Glut? Aber es hat alle Waffen und Schilde. So geht das nicht? Teil Komponente 1 bis 3. Okay, kann ich nur hier machen? Oder kann ich die auch an die Muskete machen? Nee, schade kann ich nicht. Äh, aber das würde ich ganz gerne machen. Zack. Euer Schaden, okay. Dann, hey ho, let's go. Weiter geht's. Haben wir jetzt hier einen Boss-Gegner oder was? Alter, das sind ja schon viele. Okay, wir räumen mal ein bisschen auf. Ah, das sind mir zu viele. Leute, was ist denn hier los? Bäm, 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 bäm. Na los. Zack. Wie ist es du, Arschknochen noch? Und du. Himmel, Herrgott. Seid ihr faul. Wahnsinn. Schüssen. Macht hin, dann. Fahre ich nicht. Was ist denn hier? Was ist das? Mal hin. Zwei davon, oder was? Eins. Boah, wie viel kommen denn da noch? Meine Herren. Weg. So, hier haben wir noch was. Alter. Oh. Boah. Ne. Freu ich nicht. Auch dann, ich brauche das hier. Aha. So. Grün. Ist das Grün gut? Betäuben, 100. Grün ist sehr gut. Okay, so. Äh. So. Freu ich nicht. Ältere. Okay. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, wa? Finde ich gut. das gucke ich mir dann mal an immer noch im wald meyer die sky musste muskete jetzt haben wir endlich mal eine vernünftige waffe so halbwegs ja auf jeden mann auf jeden die ist schön die gefällt mir so wirst du was ich jetzt mal ganz kurz mache ich mache mir mal so ein portal auf und verkloppt man ein paar sachen der wills crossing das mache ich jetzt mal und dann glaube ich glaube ich können wir schon ein paar quests abgeben meine ich ja alles gut pass auf müsste sind auch warte mal ich muss noch mal rausgehen ich muss mal kurz in mein inventar gehen mystische geerbte jacke des gifts 45 rüstung und fühlt sich dem schulter schaden ja geil ist gut ich gut dann können wir das verkaufen so zack 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 äh zack die behalte ich so gavlins armbrust habe ich ausgerüstet streitkräume kann weg der kann weg der kann weg die kann weg das 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 eigentlich kann alles weg wir kriegen mit sicherheit tausend neue sachen ja ja das gut hier ist ja so hier pass auf ähm ach so ja das war das mit dem bruder wo war jetzt das mit äh waldmeier war das das hier dann fühlt sich etwas trocken aus fremder kommt zurück wenn du die toten da ok gut dann können wir mal da hin äh da ok dann können wir die nämlich wieder mitnehmen können wir die auch verkaufen so ich mag die die sieht gut aus die ist echt cool fragt sich halt nur wo finde ich die die leute da war ich schon hm muss jetzt ein bisschen rumlaufen hier schätze ich da oben ist auch noch was da ist und ach das war das mit diesem mit diesem Riss ne Rift in Wiedmire ok 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 oh wow put weiter nein jetzt haben sie mich eine sturmhaube kommt nicht noch mal neue da war das doch trotzdem kommen die idioten wieder was heißen verfehlt weit ihr des wahnsinns und du auch noch sehr schön haben wir euch auch fertig oder sind da noch welche eine gut so hier geht es weiter ich mag die anbrust sehr schön er wollte drüstungsplatte so was so pass mal auf inventar haben wir wieder tausend sachen ist aber nicht so gut was haben wir hier ausgerüstet ja komm hier guck mal was ist das hier da können wir nicht weiter wieder so eine trottel hier so zack oh sehr schön diese dinge erinnern mich an diablo 2 an diesen an diese kleinen diese kleinen roten viecher wisst ihr noch so immer so eine donnerbüchse ne wer kriegen wir hier irgendwie nicht immer irgendwelche komischen donnerbüchsen okay dann ist das mal so genau weiter hier sind wieder welche und da sind aber auch da ist eine hülle da gehe ich gleich mal rein nun kommt machen das cool dafür gute sachen hier so schnitzern immer mit da ist immer mit und da ist immer mit kochendes blut kochende brut oder was auf sich ist das mit euch los ihr seid komische sicher weiter wie lange braucht ihr denn höhlen eingang aber ich würde sagen das machen wir in der nächsten pause in der nächsten runde danke fürs zuschauen kommentieren nicht vergessen liken nicht vergessen und abonnieren nicht vergessen bis dann